Gute Freunde und herzlich Willkommen zu einer kleinen Informations- bzw. Ankündigungsvideo. Das werde ich jetzt auf meinem Fritten Friseurkanal hochladen und auf dem Rebellische Rabaukenkanal, wobei es letzteren besonders betrifft. Und zwar habe ich ja momentan ein Display am Laufen von Infestation Survivor Stories. Der eine oder andere hat das mitbekommen, der eine oder andere hat vielleicht schon mal reingeguckt. Und ich wurde jetzt schon häufiger mal gefragt oder gebeten, ob man nicht mitspielen kann. Und das möchte ich euch, wie soll ich sagen, da möchte ich euch einfach die Chance zu geben, ganz einfach. Die nächste Aufnahme von den nächsten Folgen, also für alle Fritten Friseur-Zuschauer, die das Projekt noch nicht kennen, Infestation Survivor Stories mit Let's Played, auf meinem Zweitkanal, dem Rebellischen Rabaukenkanal. Und es kommt immer freitags um 18 Uhr, jede Woche eine Folge. Und die nächste Aufnahmesession ist am 31. Januar um 21 Uhr. Warum ich euch das sage, ist, weil ihr gerne mitspielen dürft, wenn ihr denn wollt. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, wir treffen uns, damit das auch alles klappt, und am 31. Januar um 21 Uhr auf dem EU-Server 20. Da müsst ihr alle joinen. Ich werde jetzt Bilder zeigen, an denen ihr erkennen könnt, was ihr drücken müsst. Also, ihr müsst, ich gucke mir das gerade kurz mal an, natürlich oben rechts bei Region, auswählen Europa, das ist ganz wichtig, das habe ich euch markiert. Dann eben EU-Server 20 nehmen, Map ist Colorado, also die klassische, nicht die neue Kellywood-Map, nein, Colorado. Und dann einfach auf Server beitreten. So schwer ist es nicht. Und dann schaut ihr am besten, dass ihr nach Clearview kommt. Das habe ich euch hier auf der Karte nochmal markiert. Clearview auf EU-Server 20. Da müsst ihr hin. Am besten ist es, ihr kommt von Smallville oder von Campus City aus. Dann haben wir die größte Chance, dass wir uns treffen. Denn wir treffen uns in einem ganz bestimmten Haus. Das zeige ich euch jetzt im Video. Das werde ich euch jetzt reinschneiden. In diesem Haus wollen wir uns sehen. Und genau, was mir nur wichtig ist, ist, dass ihr, wenn ihr mitmachen wollt, es davor ankündigt. Also schreibt mich in Facebook oder auf YouTube an oder hier in die Kommentare von mir aus und sagt Bescheid, welchen Spielernamen ihr euch dann nehmen werdet. Und nehmt diesen auch. Denn wenn ihr mir vorher Bescheid sagt, könnt ihr mir ingame eine Gruppeneinladung schicken. Das bedeutet, ihr seht mich auf der Map als Pfeil. Das ist das eine. Denn es gibt viele, die bei dem Spiel versuchen, einen zu verarschen, indem sie einem eine Gruppeneinladung schicken, damit sie wissen, wo man ist, und einen dann versuchen abzuknallen. Und das möchte ich eben nicht haben. Also sagt mir Bescheid, wie ihr heißen werdet, und dann könnt ihr mir eine Einladung schicken. Alles easy. Rüstet euch am besten auch schon mal aus ein bisschen. So ein bisschen Sachen wäre nicht schlecht. Der Plan ist dann, dass wir entweder nach Smallville gehen und im Endeffekt dann nach Campus City, in die Großstadt, gehen wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir über Smallville gehen oder direkt nach Campus City rein. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Schlussendlich wollen wir allerdings Campus City ein bisschen unsicher machen. Das ist der Plan für diese Aufnahme. Aufnahmen aufnehmen möchte ich insgesamt so eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht wirklich mehr. Spielen können wir gerne länger. Aber die Aufnahme an sich geht halt nur eine Stunde. Das heißt, ich werde dann so nach einer Stunde etwas kurz rausgehen und die Aufnahme beenden. Und dann bin ich auch sofort wieder auf dem Server. Aber dann können wir noch ein bisschen zusammen weiterzocken. Ansonsten war es das eigentlich von dieser Stelle. Also kündigt an, wenn ihr mitspielen wollt wegen der Gruppeneinladung. Und wie gesagt, 21 Uhr geht es los. Das heißt, ihr solltet um spätestens 21 Uhr auch an diesem Haus sein in Clearview. Das wäre alles. Ich werde schauen, dass ich dort bin. Ich bin auch im Übrigen dort, bin aber unterwegs leider gestorben. Das heißt, meine Mossberg und auch der Klopstock sind mittlerweile wieder weg. Das ist sehr schade. Aber macht nichts. Und dementsprechend sagt Bescheid, wenn ihr mitmachen wollt. Ich freue mich über rege Teilnahme. Und wir können dann auch mal gucken, ob wir das irgendwie mit einem Server, TS oder Skype, muss ich mal abklären. Eventuell findet ihr dann was in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall danke für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns dann bei Infestation Survivor Stories. Und für alle, die nicht mitspielen wollen oder können, dann eben in den Folgen. So viel dazu, danke fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.